Hallo Herr Heinrich, gerade eben kamen folgende Meldungen auf GMX. Prigoshins Wagner-Gruppe übergibt russische Armee massenhaft Waffen, darunter T-90, Raketenwerfersysteme. Hätte dies spürbar negative Auswirkungen auf die ukrainische Gegenoffensive? Es kommt darauf an, wie viel es tatsächlich ist. Ich meine, bis zum Mai waren diese Einheiten theoretisch ja an der Front. Wobei hier jetzt die Frage sich stellen würde, wie viel davon hat Prigoshin eigentlich überhaupt an der Front eingesetzt? Denn wenn er tatsächlich Dutzende Kampfpanzer hat, die waren ja offensichtlich nicht in Bachmutz im Einsatz, hat er davon tatsächlich einen Großteil dieser Truppen im Hinterhand gelassen, sind nicht eingesetzt, geschont. Wenn dies der Fall ist und die jetzt Einheiten übergeben werden, die sie dann an die Front schieben, dann könnte das tatsächlich etwas spürbar sein. Wir müssen natürlich so sehen, die müssen erstmal Besatzungen finden, die damit umgehen können. Das heißt, wir sollten erwarten, dass die Wirkung nicht vor zwei Monaten eintritt. Und dann kommt es halt auf die Gesamtmenge an. Aber wenn wir den Zahlen hier halbwegs Glauben schenken wollten, was wir hier haben. Hunderte Panzer. Wenn wir mal ausgehen würden, dass das stimmen würde. Hunderte ist plural und nicht nur 200. Sondern sagen wir 350 Kampfpanzer. Das wären mehrere Brigaden. Also sollte das im Ansatz stimmen, dass das Prigoshin ein Horder war, der das Zeug nicht eingesetzt hat, sondern in der Hinterhand gelassen hat. Und das kommt jetzt zum Einsatz, dann wird es die Russen spürbar stärken. Wird es genug stärken, dass es den ganzen Ausschlag gibt? Das kann ich schwer sagen, weil ich die Gesamtzahlen ja auch nicht weiß. Und dann wissen wir den Zustand nicht. Zumindest in Teilen sieht das Material jetzt auch nicht nach perfektem Zustand aus. Obwohl im Großen und Ganzen sehen die ziemlich gepflegt aus, würde man sagen. Die sehen nahezu neuwertig aus. Die sehen auch ziemlich gut aus. Wir müssen es mal sehen. Da ist auf jeden Fall das eine oder andere Modernere dabei. Das ist ein T90M hier. Tja, wir werden es sehen müssen. Ich hoffe, das Video war interessant für Sie. In diesem Fall möchte ich Sie herzlich dazu einladen, nicht nur diesen Kanal hier zu abonnieren, sondern auch meine anderen Präsenzen. Im Besonderen natürlich den Hauptkanal Militär und Geschichte mit Thorsten Heinrich. Die Links dazu finden Sie in der Beschreibung. Bis bald und auf Wiedersehen. Bis bald. Bis bald. Vielen Dank.